Klay Anderson, jahrelang einer der brutalsten und gefürchtetsten Banditen im Westen Amerikas. Aber eines Tages kam er in ein friedliches Tal. Und hier begann die seltsame und dramatische Geschichte dieses Mannes. Niemand, der ihn kannte, hätte je geglaubt, was in Rose Valley geschah. Sie sehen MacDonald Carey, einen Mann, der keine Pistole braucht, um sich durchzusetzen. Nicht oft hat ein Pfarrer die Gelegenheit, die Seele eines so hartgesottenen Sünders wie die von Klay Anderson zu retten. Patricia Medina, eine Frau, die sich hingezogen fühlt zu dem Fremden, von dem sie nichts weiß und dem sie vertraut. Skip Hohmeier als Klay Anderson. Hart und unerbittlich verfolgt er sein Ziel. Sie und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Ich hoffe, dass Sie das auch noch einsehen werden. Aber er spürt bereits, dass sich in ihm eine seltsame Wandlung vollzogen hat. Eine Wandlung, die sein bisheriges Leben nutzlos erscheinen lässt. Aber noch bäumt er sich dagegen auf, obwohl er weiß, dass es keinen Ausweg für ihn gibt. Das kann ich mit so einem Tier schon anfangen. Gar nicht. Erschießen Sie es. Es ist ein Außenseiter, da kann man nicht viel machen. Sheriff, werfen Sie die Pistole weg. Der schwarze Mustang. Ein außergewöhnlicher Film um ein außergewöhnliches Geschehen. Ein Film, den Sie sehen sollten. Das ist ein Film. Frau seiner Intklage trug, ihr schaut sicher!